Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown-Part. Wir spielen dieses Mal im OU-Tier und unser Team ist ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Also ich habe ein Team genommen und es ein bisschen umgebaut, denn ich wollte, ich hatte einfach Bock auf Gravums. Ich wollte dieses Pokémon ausprobieren, deshalb dachte ich mir, wir spielen es. Choice Specs Explode mit Boomburst, trifft alle Pokémon, dank Scrappy können wir auch Geist-Pokémon neutral treffen, was nice ist. Overheat natürlich für Feuer-Pokémon, sehr für Boden-Stahl-Pokémon oder Feuer-Pokémon zum Beispiel, für Lanrus auch noch und Fokus-Plast für Tyranitar zum Beispiel. Dann haben wir noch ein Choice-Plan Terrakium, Gloss Comet, Stone Edge, Iki und Poison Trap. Diese zwei Pokémon sind unsere Damage-Stealer, könnte man sagen. Sie versuchen einfach Schaden rauszuhauen. Ich hoffe, Gravums macht etwas Arbeit. Ich hatte einfach Bock auf Gravums, da dachte ich mir, wir brauchen noch viele Steel-Types. Ein Kampf-Pokémon, da habe ich Terrakium gesehen, es ist nur ein Yu-Yu-Bel und nicht ein Moyu, deshalb wollte ich es ausprobieren. Dann haben wir noch ein Tornado's Team mit der Offensive-SDS, kann Hurricane, Knock-Off, Icy Wind und U-Turn. Terrakium Explode, besonders Explode, ist es nicht das schnellste Pokémon, deshalb haben wir zum Beispiel Icy Wind auf diesem Pokémon. Dann haben wir hier noch ein Pixi mit den Überresten. Moonblast Softball, T-Wave und Teleport, kann auch wieder Pokémon paralysieren. Wisst ihr was, wir spielen statt? Overheat, Fire Blast. Ja, ich denke, das ist besser. Erst kam die Donnerwelle, um Pokémon zu paralysieren, damit Gravums sie outspeedet. Dann haben wir noch ein Therothorn, physisch defensiv mit den Tarnständen, Ickel-San, Knock-Off, T-Wave. Überreste braucht ihr es nicht. Es macht sowieso so guten... Es bekommt eine Recovery durch die Leech-Seed zum Beispiel. Und dann haben wir noch ein Lefty, speziell defensives Land-Roll-Team mit Defog, Ickel-U-Turn und Toxic. Kann bestimmt Pokémon mit Toxic verkrüppeln, aber wir wollen eigentlich die meiste Zeit einfach die schnelleren Pokémon mit Donnerwelle paralysieren und mit Toxin Pokémon wie Lamus zum Beispiel verkrüppeln. Dies ist unser Team und ich bin gespannt, wie sich das machen wird. Ich hoffe, wir treffen jetzt auf nicht so viele Stahl-Pokémon. Okay, das funktioniert nicht. Teleport mit Softboils. Ähm, ja, dann spielt mir Moonlight. Egal, Wish brauche ich jetzt nicht. Ich will, dass sich Pixi von selbst hochheilt. Und wir für Sandstrom-Teams Terrakium. So, und unser erster Gegner hat Zapdos, Rebile, Katana, Lanrus, T-Volcanion und Melmetal. Gut, wir werden einfach mal mit Explode anfangen. Vielleicht geht er mit Lanrus, obwohl der schneller. Hm, wir fangen mit 1 an. Und wenn er mit Lanrus beginnt, dann haben wir Icewind dafür, Rebile dafür haben wir zum Beispiel Tentant. Oder wisst ihr was, wir fangen mit Pixi an. Oder legen wir die Rocks raus. Hm, hm. Ähm. Wisst ihr was, wir fangen mit Tornadoes. Ach, egal, wir halten es simpel. Wir fangen mit Terrakium an. Terrakium ist, hat gegen 4 Pokémon viel etwas, bis auf Rebile. Obwohl Rebile uns jetzt nicht one-shotten kann und Landrus Tee hatte mit Roa. Wir gambeln einfach mal auf unser Terrakium. So, er hat leider 2 schnellere, 5 schnellere Pokémon, oder? Ja, Base Speed 68. Und Vulcanion hat Base Speed 70. Das ist ein bisschen blöd. So, er leadet mit Weavile. So, wir gehen auf Close Combat. Er wird jetzt beur... Oh, wir gehen auf die Stone Edge. Wisst ihr was, wir gehen einfach mal auf die Stone Edge. Triple Axle tanken wir? Okay, ich habe die Power von Weavile unterschätzt. Gut. Ja, ich vergesse eben, dass das Ding Triple Axle kann. Ich muss es mal in Mojo benutzen. Gut. Wir gehen in Torn. Geben in Pharaoh. Dann bekommen wir nicht so viel Schaden. Und er bekommt dann, wenn er nicht ein Sticky... Ah, nicht. Ein Iron Barbe hat sehr viel Schaden. Perfekt. Somit ist dieses Pokémon eigentlich schon wieder down. Wir könnten jetzt die Überreste drücken. Wäre das der Play hier. Er wird in Vulcanion gehen. Und wir gehen deshalb auf die Leech Seed. Oder er geht in Landruth. Das ist auch noch viel besser. Wir treffen. Nice. So, wir gehen gleich auf Knock Off. Um das Item von ihm abzuhauen. Brauchen wir die Rocks. Wisst ihr was, wir bringen die Rocks raus. Denn dann kann er Weavile nicht mehr reinbringen. Und dieses Pokémon bekommt auch sehr viel Chip. Seht ihr, Rocky Helmet. Pharaoh Sun ist einfach nur nice. Besonders da Urschief und Weavile gerade sehr gerne herumlaufen. Und da braucht man auf jeden Fall etwas. Zapdos. Die Tarnstellen sind draußen. Er kann sie defoggen. Wir gehen in unser Landruth zieh. Zapdos kann es eigentlich nicht so viel tun gegen uns. Nur toxinieren und defoggen. Hurricane kann er auch gut. Wir gehen einfach mal auf Toxin. Ja, die werden jetzt nicht in einen Steel-Type gehen. Okay, der ist Specs. Gut zu wissen. Der macht mir gerade zu viel Schaden. Ich frage mich gerade. Kann Thorne zwei Hurricanes tanken? Oder braucht es auch nichts? Da rauswechselt gut. So, jetzt wissen wir gleich, ob der Scarf ist. Begin of Ice to win. Ich kann mir vorstellen, dass der Scarf ist. Aber das wäre uns egal. Oder er ist nicht Scarf. Und er tankt die Attacke. Was? Okay. Okay, die Überreste. So, wir gehen auf Icewind. Wir gehen auf die U-Tin. Der wird hier rauswechseln. Oder er will einfach Lanruz opfern. Okay, geht ihm Melmetal perfekt. So gut. Wir gehen in Explode und drücken Fire Blast. Jetzt wollen wir mal die Macht von Choice Specs Gravums sehen. Können wir Melmetal One-Shotten? Jawoll. Somit hat der eigentlich keine Resistance mehr gegen Explode. Natürlich Katana. Aber ist das eine Resistance? See? Das hat keine Specs-Diffness-Ding. Also, eigentlich nicht wirklich. Da seht ihr die Macht von Gravums One-Shotted Melmetal. Also Weavile. Da gehen wir jetzt natürlich in unser Pharaoh. Und er stirbt nach einer Attacke. Was sehr schön ist. Er kann natürlich auf eine Kampf-Tacke gehen. Pharaoh wird so Schaden bekommen. Aber Weavile ist drauf. Okay, Beat Up. Was? Was? Lol. Lol. So, wir gehen in Clev. Beat Up trifft uns natürlich. Aber okay, da gehen wir in Mulcanion. Gut, mit T-Wafen ist er einfach mal. Also, dass Beat Up uns jetzt nicht trifft. Wundert mich. Ich komme gerade nicht klar. Spiel mir normalerweise Beat Up auf Weavile. Wow. Also. Wow. So gut. Wir gehen in unser... Brauchen wir Pixi noch? Es ist das langsamste Pokémon auf dem Feld. Wir gehen einfach mal auf Moonlight. Vielleicht kommt er nicht durch. Oder der geht auf Katana. Dann haben wir noch ein 73% volles Pixi. Was nice ist. Was kann dieses Katana gegen unsere Toren tun? Macht eine Stahlattacke mehr 50% Schaden? Ja. Schade. Aber wir haben Rage Generator. Also ist das eigentlich egal. Dann gehen wir in Farrow. Ein Boost wäre hier problematisch. Explore Tank gar nichts. Wir gehen in Landrose. Der geht in Weavile. Und wir gehen in Farrow. Scarf Katana nervt ein bisschen. Ja, das nervt ein bisschen gegen dieses Ding. Haben wir jetzt nicht so viel. Ich hoffe, du gehst auf eine Eisattacke. Bitte. Eis-Shard. Okay. Trifft ihn auch nicht. Damn it. Ja gut. Dann gehen wir auf Knock-Off. Killed uns. Ja, okay. So, wir gehen auf Teleport. Oder bleibt er drinnen? Wir gehen auf die T-Wave. Mit T-Wave machen wir eigentlich nichts falsch. Auch wenn dann Weavile immer noch schneller sein sollte. Er geht in Landrose. Okay, dann gehen wir auf Moonblast. Und irgendein Pokémon bekommt zumindest Moonblast Schaden ab. Aber wir haben wirklich nichts gegen Scarf Pokémon. Skaff Katana ist ein kleines Problem. Und der tankt die Attacke auch noch. Damn it. Vielleicht sollten wir Skaff Teraki machen. Oder wie schnell ist Katana? Katana ist 109. Teraki um 108. Katana kann uns jetzt eigentlich sweepen, wenn ich das richtig so sehe. So, wir sind schneller. Er wird auf eine Poison Attack gehen. Wir gehen deshalb in Gravums. Pixi brauchen wir noch. Okay, er geht nicht durch. Und jetzt können wir Boomblast drücken. Also das Team, was ich spiele, ist jetzt nicht das Beste. Auf keinen Fall. Aber ich hatte Bock auf Gravums. Sticky Web Team wären besser für Gravums. Können wir vielleicht auch noch mal im nächsten Part ausprobieren. So. Aber wir müssten ja eigentlich... Triple Axel kann ich jetzt eigentlich immer drücken. So. Für dieses Zapdos, was Choice Specs ist, brauchen wir Landorus, der es nicht treffen kann. Pixi, wenn er mit Harry Kane nicht immer treffen würde. Hmm. Ja, Landorus bringt uns eigentlich gar nichts. Scarf Katana killt uns auf jeden Fall. Wir gehen in Landorus, Opferness. Und... So, das ist der Minus. Pixi müsste einen Tag überleben. Wir gehen auf Teleport. Nee, auf Sunwave, ja. Vielleicht sollte ich ein voll physisch-defensives Pixi spielen? Oder der geht in Zapdos raus. Okay. Gut, Moonlight. So, Hurricane darf jetzt nicht treffen. Wohl, er kann jetzt auf Donnerblitz gehen. Und... Das ist trotzdem ein GG. Okay. Oder auch nicht? Jawohl. Poison. Perfekt. Gut zu wissen, dass er nicht mehr Schaden macht. 42%. Hurricane würde dann ca. 60% machen, glaube ich. Wie mich das so anzieht, ist das kein Choice Scarf Katana, sondern Choice Band. Ist das ein kleines Problem für uns. Ich habe auch überlegt, ob ich Choice Scarf Explode spiele. Aber... Das hat mich jetzt nur nicht so wirklich angesehen. Ah, und ach ja, ich habe keine Testkämpfe mit dem Team gemacht. Der tankt eine Attacke. Was? Okay, das ist GG. So, Zorn und Begin of Hurricane. Ich will er ehrlich gesagt gegen langsamere Teams spielen. So gegen Balki Offense, wo Gravum schneller ist. Okay, der war Scarf. Deshalb frage ich mich gerade, was hat er gedacht, warum es nicht sofort in Katana geht. Aber gut, dann werden wir einfach mal den nächsten Gegner suchen. Ob ich mir Siege in diesem Part erwarte? Nicht wirklich. Ich will einfach sehen, wie Explode Arbeit macht. Ein Hyper Offense Team mit Volona. Nice. So ist Katana schneller als in Volona. Nein. Aber wir lieben es... Okay. Das passt eigentlich. Wo ist denn... Wo ist denn Choice Band Close Combat Switchen? Ja, kein Kampf Switchen. Ja, Choice Band. Okay, Choice Band Teraki macht jetzt nicht mehr so viel. Burn ist ein bisschen blöd. So. Der ist langsam aber... Ich will mir das Ding ehrlich gesagt aufbehalten. So. Ähm... Ja, wir gehen in Thorn. Der macht keinen... Okay, der geht in Ninetease Alola zurück. Wir gehen auf Knock Off, um ihm das Light Clay abzuhauen. Aurora Wheel, ja. Jetzt gehen wir auf die U-Turn. Er geht ihm Blaze Fallon raus. Und wir gehen in Terrakium. Und drücken EQ. Natürlich machen wir das nur noch ein Viertel Schaden, aber EQ trifft zumindest jedes Pokémon. Und müsste eigentlich Blaze Fallon. Two-Shotten können. So, wir opfern hier unser Garcho... Oh, da... Hm. Ja, er darf jetzt nicht Scaleshot drücken. Auf keinen Fall. Okay, geht in Tapu Fini zurück. Und wir teleporten hier. Call meint. Gut... Gut, 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 gut. Das ist nicht gut, natürlich. Aurora Wheel müsste nach dieser Runde weg sein, oder? Ja, und wie viel Schaden machen wir auf Explode? Der ist schneller? Okay, das passt schon. Boom Best macht trotzdem enormer Schaden. Okay, das 1-1 gewinnen wir auch, wenn er auf Plus 1 ist. Assas sehr verkillt uns. Ja, gut. Aber es hat seinen Job erfüllt, könnte man sagen. So Landros und EQ. EQ sollte... Okay, das ist schnell, das habe ich vergessen. Wir spielen ja kein offensives Lando. Ja, man merkt, glaube ich, dass ich jetzt nicht so oft so mit diesem Team spiele. Ich sehe gerade, wäre Faro nicht das beste Pokémon dafür gewesen. Gut. Wir gehen in Faro. Geht auf eine... Okay, geht auf Aurora Wheel. So. Wir gehen auf die Leech Seed. Wenn er rauswechselt, bekommt er etwas immer Chip. Blaze Fallon. Gut. Jetzt gehen wir in Terracium. Er geht in Gargium so. Okay, und wir gehen wieder in Gläff raus. Oh, okay. Dieses Mal bleiben wir hier drin. EQ Tank, wie ein Moonblast, müsste... ...guten Schaden machen. Ja, wie gesagt, Aurora Wheel. Bin das nicht so wirklich gewöhnt. So. Tornadus müsste aber mit Isowind dieses Pokémon eigentlich killen können, da es offensiv ist. Ja, ob Bläht mich gerade richtig, sehe ich gerade. Merke ich zumindest. So, für Gargium brauchen wir Torn. Für Blaze brauchen wir Torn. Katana ist... ...Sortense, kann ich mir vorstellen. Wegen den Terracium und Rücken einfach mal... Ich gamble gerade darauf, dass ich das... ...Gargium vergifte. Oh, er geht in Katana, natürlich. Natürlich. Wir gehen in Lando. Knock-Off. Okay, ja gut. Dann verlieren wir dieses Pokémon. Heat Wave auf Torn wäre nice. Okay, dieser Part, der läuft gar nicht gut. Natürlich, trifft Terracium nicht so. Wie könnte man das Team verbessern? Statt Knock-Off, Heat Wave. Zweimal Katana, Heat Wave. Statt Terracium vielleicht ein anderes Kampf-Pokémon. Ich habe auch über ein Feuer-Pokémon wie Victini überlebt. Aus Schifo Rapid Strike. Wäre dieses Pokémon nicht besser. Wie spielt man eine Choice Band Variante? So, Choice Band. Das hat den Prio. Probieren wir es mal. Und dann macht Lightscreen auch nicht so viel aus. Komm, schlag dich selbst. Danke. Okay. Dieses Game können wir sogar noch theoretisch gewinnen. Er hat nur... Katana hat nur mit Knock-Off mein Item abgeschlagen. Das ist gut. Okay. So. Aber wie könnten wir das Team noch verbessern? Ja, Terracium haben wir raus. Vielleicht ein offensives Land, oder wir schon zwei Defensive haben. Wir haben in diesem Team zum Beispiel nichts für Zapdos. Das ist außer Explode und Zapdos ist schneller. Deshalb vielleicht Knock-Off oder Rockslide. Hm. Das ist die Frage. Also gegen Flug-Pokémon haben wir es nicht so wirklich viel. Ja, Explode. Wie gesagt, Explode kannst du gegen so viele Pokémon tauschen. Und die machen bessere Arbeit. So. Aber wie könnte man... Lano vielleicht raus gegen ein Gesteins-Pokémon. So. Der geht auf Smart-Strike und wir prädiken mal, dass der Skarf ist. Lano hauen wir raus. So. Was kann die Flug-Pokémon gut besiegen mit Zapdos zum Beispiel? Ah, Wewile. Wewile. Aber ich würde ein spezielles Pokémon wäre auch... Wisst ihr was? Wewile mit dem Protective Pets. Probieren wir dieses. Und dann haben wir auch noch ein ganz schnelles Pokémon. Source-Stand 9. Choice-Band 9. Aber wisst ihr was? Choice-Band. Wenn schon, denn schon, oder? Hm. Hm. Wir haben noch ein AV-Torn auch. So. Und er geht auf Sacred Resort. Hat dies gut prediktet. Und wir gehen den Torn raus. Er geht in Blaze-Fallon. Guuuut. Wir gehen auf Knock-Off und schlagen ihm mal das Item weg. Von Blaze-Fallon haben wir eigentlich noch nichts gesehen. Tankt der in Hurricane. Oder gehen wir in Terracium? Nein. Wir müssen hier drinnen bleiben. Er darf keinen speziellen Angriffs-Boost bekommen. Ja, okay. Mitten im Part nach 20 Minuten das Team wechseln. Habe ich noch nie gemacht. Aber okay. Oder probieren wir das nächste Part aus. Jetzt lassen wir nach noch ein Kampf mit diesem Team, um zu sehen, ob das besser funktioniert. Somit haben wir auch ein schnelleres Puppen als Katana. Und wisst ihr was? Wir spielen Jolly, nicht Adamant. So, Knock-Off. Lefty sind weg. Gut. IC-Win für dich. Weg mit dir, Gar-Jump. Hat der IC-Win vergessen und wir gewinnen diesen Kampf sogar. Gut. Ehrlich gesagt, wollte ich Gra-Wumms viel mehr in Action sehen und da funktionierte es sogar viel besser. Nice. Wie gesagt, haben Teraki und Landrus-T ausgetauscht. So. Wir lieben ihn mal mit Explore. Clefable. Perfekt. So. Was ist denn Boom-Burst-Twitch? Wir könnten Fireblast, Ferrozone predikten, aber ich will Boom-Burst drücken. Es ist wirklich befriedigend, einfach Boom-Burst zu drücken, Leute. Er geht jetzt den Trager-Pult. Okay. Hat der Scrappy vergessen? Wir bleiben drinnen. Der kann uns nicht One-Shotten. Bitte komm durch. Bitte. Danke und weg mit dir. Der hat Scrappy vergessen. Insane. Insane. So Oshifu. Hmm. Da geht auf Close Combat. Vielleicht. Tank-Left. Etwas von Oshifu. Trist mit Oshifu. Ja. Sehr gut. Sehr viel. Gut. Okay. Wir gehen auf Moonlight. Wir brauchen die Recovery. Roter Mosh. Gut. Flug-Pokémon sind jetzt in... Also Elektro-Pokémon sind jetzt insane gegen uns. Wir müssen hier überhaupt keinen Zapdos-Counter, aber dafür... Dafür den perfekten... Also keine Wall, die Zapdos wallt. Aber we will killt das Ding immer. Mit Ripple Axle zum Beispiel. Wir gehen mit Teleports raus. Wall-Switch? Ja, was soll ich da reinwerfen? Kann ich eigentlich nicht wirklich. So. Ja. So. Clef ist gechippt. Choice-Bank Close Combat können wir drücken. Will der... Will der Clef reinwerfen dann weg mit dir? Sehr schön. Okay. Ja, Rocky Helmet. Gut, dass das Ding weg ist. Gut. Ähm... Wir gehen dieses Mal ins Horn. Tankt safe eine Attacke. Wir haben Regenerator. Gut. Der tankt nichts mehr als zwei Attacken. Dann gehen wir auf Hurricane. Er geht in Roter Mosh. Okay. Gut. Bekommt Ed was Chip. Wir gehen mit der U-Tan raus. Und der wird mit Wall-Wechsel rausgehen. Und wir gehen deshalb in... Wenn wir in Pharaoh gehen, geht der in Oshifu. Wenn wir in Clef gehen... Frage in was... Ah, Wall-Switch. Das war nicht gut. Das war dumm von mir. Den Chip habe ich jetzt nicht mitberechnet. Ich dachte... Ach, wie konnte ich den Chip vergessen? Ja, Land-Rose-T. Gut. Nicht gut, aber ja. So. Moonlight. Eco tanken wir... Ach, Moonlight. Wann sieht man Moonlight auf Glassable? Allein... Die Attacke macht es irgendwie stylisch. Gut. Ja. Sunwave oder... Moonblast. Wisst ihr was? Wir gehen auf Moonblast. Er geht auf die U-Tan. Okay. Ich dachte wahrscheinlich, dass ich raus wechsle. Roter Mosh bekommt einen starken Moonblast ab. Und wir... Wir gehen in Thorn. Thorn tankt ein Boltz mit. Okay. Der geht auf Pain Split. Okay. War nicht so gut von mir wahrscheinlich. Ich dachte... Ich dachte mir, wir würden Mode-Switch überleben. Dann gehen wir in ein Pokémon, was die anderen Pokémon wollt. Ja, wir gehen in Therro. Dann kann er in Senor Shifu gehen. Brauchen wir Weavile eigentlich gegen ihn? Ich bin schon gewagt, einfach Weavile abzuwerfen. Brauchen wir Ferrothorn. Wir sind physisch defensiv. Wir müssten ja eine Attacke überleben und Donnerwellen ihn, paralysieren ihn. Oder wir tanken keine Attacke. Aber der bekommt jetzt zumindest sehr viel Chip. Und er ist auf die Attacke gelockt. Das heißt, wir können in Gleif gehen und auf Teleport gehen. Und er geht in Rotom. Und... Wir gehen dieses Mal einmal in Weavile und drücken Choice Band Knock Off, um das Rotom zu besiegen. Ich hoffe, ich unterschätze die Power von Weavile nicht. Habe ich die Power von Weavile unterschätzt, 70% wahrscheinlich physisch defensiv, eigentlich schon gut zu schaden. Das ist Schifu Rapid Strike. Der kann jetzt eigentlich immer auf die Wasserattacke gehen. Sehe ich das richtig? So. Okay, er geht in Pharaoh und bekommt Knock Off ab. Ich wollte eigentlich das Ding einfach nur abwerfen. Aber okay, dann gehen wir weiter auf Knock Off. Er kann sich Militri vielleicht hochheilen. Ja gut. Aber im Endeffekt bekommt er mehr Schaden. Nice. Der Play war vielleicht ein bisschen gewagt. Gut. Hmm. Eigentlich soll kein Pokémon Chip fressen. Wisst ihr was? Beginnen wir Shifu und drücken U-Turn und bringen Pixie rein. Also Pixie ist jetzt das Pokémon, das die beiden Pokémon Walls. Da bin ich mir eigentlich sicher. Wie könnte man das Team verbessern, einen Boden Pokémon reinhauen statt Pharaoh? Nein, das brauchen wir auf jeden Fall. Das Counter zum Beispiel. Wie gesagt, Explode rausmaischen und einen Boden Pokémon reinhauen. Somit würdest du immer etwas richtig machen. So ist das ein Scarf Lenor wäre. Wenn das ein Scarf Lenor wäre. So. Beginnen Explode. Der Explode müsste eigentlich eine Attacke bleiben. Beginnen auf Choice Specs Boom Burst. Und es ist Lefty okay. Also wäre das eigentlich egal wie gewesen. Beginner Shifu, drücken Akkusjet und dann haben wir diesen Kampf 2 zu 0 gewonnen. Explode hat Dragapult besiegt und Pixie enormer Schaden zugefügt und Landrose fast gekillt. Okay. So. Danke. 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 Explode der Mobile würde ich mal sagen. Er hat ein Trick Room Team. Sieht man gerade. So. P2. Was ist ein P2, wenn man Boom Burst hat? Nichts. Oh. Doch. Ist es doch was. Der ist speziell defensiv auf jeden Fall. Geht auf. Okay. Wir sind trotzdem immer noch schneller, weil der auf Teleport geht. Wackler. So. Er geht jetzt wahrscheinlich in Alola Knogga. Oder in Kurtl. Eruption. Dammit. Ja gut. So drei Turnstorn müsste eigentlich einen Choice Specs Eruption aushalten. Jawoll. Jetzt gehen wir nur schief, wo das Pokémon tankt auch eine Eruption oder auch nicht. Okay. Dann gehen wir in Turn und drücken Hurricane. Explode. Kurtl. Choice Specs Kurtl Eruption. Ach. Ja okay. Ich müsste vielleicht mal ein Trick Room Team ausprobieren. Aber im OU-Schnitt Meme Teams. Also mit zum Beispiel Choice Specs Kurtl, Choice Specs Explode, Gra Wumms zum Beispiel. Hat Doreen, der hat wahrscheinlich einen Sash. Oder hat der nicht Misty Explosion auch? Wir killen das Ding nicht mal. Hat der nicht Misty Explosion. So. Du müsstest ja Misty Explosion haben. Mystical Fire, ich bin so dumm. Okay, das Game haben wir verloren. Okay. Funktioniert nicht nur Misty Explosion, wenn ein Terrain draußen ist. Ja, das Game haben wir leider verloren. Okay, GG. Dann suchen wir einfach mal noch einen Gegner. Das ist ein Deluxe. Langer Part könnte man sagen. So, dann ist Gegner. Buzzwall. Buzzwall ist schneller. Heatran. Lamus. Rillaboom. Garjump. Und Nidoking. Welchen Tier ist eigentlich Nidoking? Dathan. Data. Nidoking. Im Jujo. Okay. Wir fahren mit Explodern. Buzzwall. Sind wir schneller als Buzzwall? So, wie spielt man Buzzwall? Das interessiert mich jetzt schon. Buzzwall. Spielt man jetzt Speedy oder nicht? Offensive Tank. 188 Speed. Wenn du 188 rauf tust, wie schnell bist du dann? 241. Poison Chap. Der hat Over-Protected Nice. Weg mit dir, Buzzwall. Okay. War dumm von mir. Pixy. Wäre Pixy die richtige War gewesen? Ja. Hier war wahrscheinlich, aber ich hätte wahrscheinlich einen Thorn rausgewechselt. Denn der würde safe in der Tucketanker und Rarokanator ihn safe besiegt. So, unser Check. Also Pokémon, die sich gegen Lamus in unserem Team beweisen, sind Weavile. So, weg in den Thorn. Warum spielt man gerade so viele Eruptionen auf dem Mond? Ist der Scarf? Nein. So, wir gehen in Oshifo. Oshifo ist schneller. Nice. Ist der Oshifo nicht bulky? Der Aquaman hat ja keine Spat Staff. Ist das nicht ein 600 Base-Stat Pokémon? Okay. Ich habe Oshifo überschätzt. So, Searching Strikes. Wir gehen auf die U-Turn. Warum bleibt der drinnen? Der ist der Scarf. Der ist Scarf, lol. Und was ist unser Feuer-Switching? Seht ihr, was ich meine? Haut Explode raus. Und dann habt ihr viel bessere Pokémon. Ja, und wir haben keinen Knock-off mehr, dammit. Der macht ja gar keinen Schaden mehr. So, U-Turn. Kann sich Clash beweisen, vielleicht. Ja, so. Er hat nur noch drei Eruptionen. Okay. Nido-King. Teleport vielleicht. Also wirklich, das... So, Wee-Wile. Knock-off, maybe. Also mir fällt gerade auf beim Spielen. Das ist kein gutes Team. Das hat so viele Schwächen. Kein Boden-Pokémon. Dagegen hat den Kampf verlassen. Wir hatten ja eigentlich bis jetzt zur Win-Streak keine... Wir haben mich erst nicht wirklich verloren. Sagen wir es mal so. Aber jetzt... Da merkt man schon nicht. Da merkt man das schon. Dass das Team jetzt nicht so gut ist. Wie gesagt, ich wollte einfach... Ich habe ein Team gemacht. Habe da einfach zwei Pokémon reingewechselt, weil ich Bock auf diese Pokémon hatte. Und das war vielleicht ein Fehler. Der ist Scarf, aber... Scarf Heatran. Ja, es kann auf die Stall-Attacke gehen. Oder auf den Magma-Storm. Ja, seht ihr das? Explode. Magma-Storm trifft vielleicht nicht. Ja, okay. Wenn ihr Taki trifft, so... Wee-Wile ist schneller und kann ihn mit Low-Kick eigentlich rausnehmen. Wenn Mag... Der war modest. Ich habe das vergessen. Ach, ich spiele auch schlecht, muss ich sagen. So, Lamus ist der Play hier bei ihm. Wir gehen raus in Toren. Das weiß er. Er geht auf Trick. U-Turn? Legging Tail. Was ist Legging Tail? Da hat er Legging Tail. Ist das, dass wir einfach langsamer sind, oder? Ja, okay. So, Wee-Wile. Knock of them all, würde ich mal sagen. Oder gehen wir auf Trickle-Acel, Acel? Nein, wir gehen auf Knock of. Weil er muss hier raus wechseln. Wenn der hier nicht raus wechselt, wäre das dumm. Denn der braucht Slow Pro immer, dass er hier safe bleibt. Also, wenn er hier drinnen bleibt, wenn wir auf Knock of gehen, verliert er das Game. Denke ich mir ja. Triple Axle Demol. Er hat auch noch einen Rocky Helmet. Ja gut. Und wir treffen einmal. Danke. Danke. Danke, Wee-Wile. Danke. Sehr schön. Nice. Nice. Wirklich nice. So, tankt. Toren tankt auch keine zwei. Okay, der muss. Wir wechseln raus. Das weiß er. Und wir gehen auf Hurricane. Skull tanken wir. Machen guten Schaden. Nicht verwirren müssen, dass wir dieses Game noch gewinnen. Wenigst können wir für ihn noch eine 1-0 rausholen. Ja, das Game haben wir leider verloren. Was? Was? Trump beating. Hätte ich gewusst, dass der Crazy Clyde nicht hätte, dann... Wow, das tut weh. Das tut gerade weh. Auf jeden Fall, Leute. Das war das Team. Wir haben gerade Wumms gesehen. Okay, das Team heißt er auch nicht so wirklich gut. Ein Trick Room Team oder ein Sticky Web Team. Ein viel offensiveres Team würde Export viel gut tun. Aber ich wollte Cerakium und Export eigentlich ausprobieren. Und man hat gesehen, dass es nicht wirklich gut funktioniert hat. Wie gesagt, das Team wäre okay, wenn du einen Export raushaust und einen Bodenpukken wie Landos zieht rein. Dann wäre es schon viel besser. Auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.